Seit ein paar Tagen ist bei uns wieder der Gesang des Zilbsalbs zu hören. Die kleinen Vögel aus der Familie der Zweigsänger sind aus ihren Wintergebieten zurückgekehrt und singen den Frühling herbei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und in diesem Video möchte ich euch den Unterschied zwischen dem... Suchst du noch nach Möglichkeiten, um deinen Garten vogelfreundlicher zu gestalten? Mein Partner Vivara bietet hochwertige Futtersysteme, schöne Nistkästen, Vogelfutter und vieles mehr. Den Link zu Vivara findet ihr unten in der Beschreibung. ... dem Fitis und dem Zilbsalb näher bringen. Bevor wir mit dem Video beginnen, bitte ich dich noch meinen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft kein Video mehr von mir zu verpassen. Vor ein paar Tagen habe ich von Heiko einen Kommentar erhalten, ihn interessiert, wie man Fitis und Zilbsalb voneinander unterscheiden kann. Und genau das werden wir uns heute genauer mal ansehen. Zu Beginn sei einmal kurz gesagt, dass es am einfachsten ist, die beiden an ihrer Stimme zu unterscheiden. Aber das machen wir erst ganz zum Schluss. Beginnen wir mit ganz simplen Merkmalen. Beide Vögel sind Zugvögel, wobei der Zilbsalb nur im Mittelmeerraum überwintert. Den Fitis zieht es bis ins tropische Afrika. Dadurch ist der Zilbsalb im Schnitt etwa zwei Monate länger pro Jahr bei uns zu beobachten. Zilbsalbs sind etwa von März bis Oktober in Deutschland, Fitis von April bis September. Das hilft manchmal bei der Bestimmung, sollte aber nicht das einzige Kriterium sein. Fitisse und Zilbsalbs teilen sich die Lebensräume. Sie sind dort anzutreffen, wo es einige Bäume oder Büsche gibt, wie etwa in Wäldern, Parks oder Gärten. Fitisse werden etwa 11 bis 12,5 cm groß. Zilbsalbs erreichen eine Größe von 10 bis 12 cm. Somit ist der Zilbsalb kleiner und auch kompakter als seine Zwillingsart. Kommen wir nun zu den wesentlichen Unterschieden. Die Oberseite des Fitisse ist grau-braun-grün. Sein Bauch ist heller, aber nicht rein weiß. Das ist der wesentliche Unterschied zu einer weiteren Art, dem Waldlaubsänger, den wir aber in diesem Video lieber mal rauslassen, damit es nicht zu kompliziert wird. Der Zilbsalb ist eher etwas matter gefärbt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Beinfarbe. Man kann sie zwar nicht immer erkennen, aber wenn, dann ist sie ein ziemlich guter Indikator. Kurz gesagt, der Zilbsalb hat dunkle Beine, der Fitis hat helle Beine. Auch anhand der Streifen im Gesicht kann man die zwei kleinen Zwergsänger unterscheiden. Während der Fitis einen klaren, hellen Überaugenstreif besitzt, hat der Zilbsalb einen eher undeutlichen Überaugenstreif und einen dunklen Augenstreif. Aber das lässt sich leider nur bei guten Lichtverhältnissen erkennen. Beim Beringen der Vögel im letzten Jahr ist mir zudem aufgefallen, dass der Fitis deutlich längere Flügel hat. Das liegt daran, dass er bis nach Zentralafrika zum Überwintern fliegt. Deutlich werden die längeren Flügel auch beim Sitzen, weil die Handschwingenprojektion beim Fitis deutlich länger ist als beim Zilbsalb. Damit ist gemeint, dass die Handschwingen des Fitis deutlich weiter abstehen als beim Zilbsalb. Das waren auch schon die wichtigsten optischen Unterscheidungsmerkmale. Hören wir uns jetzt die verschiedenen Gesänge an, bevor wir die wesentlichen Unterschiede noch einmal kurz zusammenfassen. Wie ihr gerade gehört habt, singt der Zilbsalb praktisch seinen Namen. Zilbsalb, Zilbsalb. Der Gesang des Fitis hört sich so an. So, am Gesang sind die beiden Arten also am einfachsten zu unterscheiden. Meiner Meinung nach sind diese beiden Gesänge auch relativ leicht zu erlernen. Fassen wir noch einmal die wesentlichen Unterschiede zusammen. Erstens, der Zilbsalb ist im Schnitt einen Monat früher bei uns und bleibt auch einen Monat länger. Zweitens, der Fitis ist etwas größer und weniger kompakt als der Zilbsalb. Drittens, die Färbung des Zilbsalbs ist etwas matter. Viertens, der Fitis hat helle Beine, der Zilbsalb hat dunkle Beine. Fünftens, der Fitis hat einen hellen Überaugenstreif, beim Zilbsalb ist vor allem ein dunkler Augenstreif erkennbar. Und sechstens, beim Fitis ist die Handschwingenprojektion lang, beim Zilbsalb ist die Handschwingenprojektion deutlich kürzer. Das waren auch schon wieder die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der beiden Zwillingsarten, Fitis und Zilbsalb. Wenn das Video dir gefallen hat und du noch etwas lernen konntest, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Falls du noch Probleme mit zwei sehr ähnlichen Arten haben solltest, dann schau dir doch mal die Playlist an, die jetzt oben rechts verlinkt ist. Dort habe ich schon einige ähnliche Arten verglichen. Ansonsten schreibe mir einfach mal einen Kommentar und ich erstelle zu zwei Arten noch ein Video oder ich beantworte dir alles. Das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020